Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 58.500 US-Dollar. Wir hatten am Wochenende die 60.000 US-Dollar-Marke geknackt, konnten uns jetzt da aber nicht wirklich drüber halten. Wochenende immer ein bisschen spezieller, würde ich sagen. Deswegen jetzt erst einmal gar nicht so schlimm. Wir haben am Mittwoch noch den FED-Zinsentscheide auf uns zukommt. Also diese Woche könnte nochmal richtig spannend werden, was die Volatilität bringt. Und möglicherweise starten den Bullrun, wenn die Zinsen gesenkt werden oder möglicherweise der große Abverkauf. Wir werden uns auf jeden Fall das jetzt heute mal ein bisschen genauer anschauen. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, auf Stocks, Forex etc. pp. klicken. Deswegen klicken, gucken. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und bevor wir starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Dort werdet ihr immer auf den Laufenden gehalten. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr alles, was wir hier besprechen, auch nachtraden könnt, beziehungsweise Spot kaufen könnt oder auch Staking betreiben könnt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Binks empfehlen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber keine Zeit verlieren. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 58.500 US-Dollar. Über das Wochenende haben wir versucht, die 60.000 US-Dollar-Marke mal ein bisschen als Widerstand anscheinend zu testen. Wir sind nicht nachhaltig da drüber gekommen. Wochenende sowieso immer ein bisschen schwierig, sowas ein bisschen als Support zu testen, beziehungsweise nachhaltigen Breakout zu bekommen. Wir haben die Divergenz nochmal ein bisschen weiter ausgebaut. Das sehen wir hier ganz gut jetzt übers Wochenende. Also es ist nicht wirklich schlimm, dass wir jetzt möglicherweise erstmal so einen leichteren Abverkauf sehen. Wir haben die Ineffizienz hier auf jeden Fall schon mal geschlossen. Wir haben hier leichten Support auf dem 4-Stunden-Chart mit dieser kleinen Demandzone hier als Support. Fraglich, ob die wirklich hält, dadurch, dass wir jetzt hier so ein kleines Doppeltop gebildet haben, plus RSI etc. auch noch relativ hoch ist. Also momentan, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich bin hier in keinen Short rein. Ich bin hier momentan in Bitcoin, momentan in gar keiner Position. Es wäre mir weiterhin lieber, bin ich ehrlich und so, da bleibe ich auch bei meiner Meinung von letzter Woche, dass wir möglicherweise hier erst nochmal runtergehen in Richtung 55.700, beziehungsweise da, wo unser WIC ist oder dort, je nachdem, wie man es nennen möchte, beziehungsweise die Ineffizienz bis runter auf 55.300 US-Dollar hier unten ein bisschen konsolidieren und dann entweder ein bullisches Breakout kriegen oder dann wirklich komplett nach unten hin ballern. Fettzinsentscheid ist ja eigentlich schon relativ eindeutig eingepreist. Man geht von 0,25% Zinsen aus, die gesenkt werden. Manche sagen sogar 0,5% aufgrund der Dringlichkeit. Ob das jetzt wirklich so eine Dringlichkeit ist, sei mal so ein bisschen dahingestellt. Wird sich dann am Mittwoch zeigen, das wäre wirklich eine Überraschung, wenn 0,5% kommen würde. Wäre dann auch wirklich ultra bullish, meiner Meinung nach. Aber gut, soweit denken wir jetzt ehrlich gesagt mal noch nicht. Außerdem, News-Events würde ich sowieso immer ein bisschen auskopseln, beziehungsweise hier nicht wirklich direkt nach News traden. Das ist jetzt momentan jetzt erstmal so ein bisschen mein Plan. Wie gesagt, ich bin hier bei Bitcoin momentan immer noch ein bisschen übervorsichtig, fokussiere mich eher so auf die Stock-Märkte, beziehungsweise auf die Forex-Märkte, weil die doch mal deutlich, deutlich leichter zu traden sind. So ehrlich muss ich momentan zu mir selber sein. Und Bitcoin tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwerer. Das wäre jetzt wie gesagt die Alternative. Bitcoin Richtung 55.600, 55.700 US-Dollar bis 55.300 US-Dollar wäre so meine Long-Option, die ich mir vorstellen könnte. Short-Option wäre dann wirklich nur, sollten wir hier oben nochmal dieses Hoch rausnehmen. Hier oben bei 60.600 US-Dollar und dann ist es mit einem Stop-Loss aber auch relativ schwer, weil wir hier oben so eine kleine Ineffizienz noch haben. Das heißt, man müsste hier locker in Richtung 62.200 US-Dollar gehen. Ich würde aber dann sogar eher darauf spekulieren, dass wir bei 62.000 hier oben direkt bei der Ineffizienz und Supply eher den Short reingehen. Das heißt, sollten wir hier dieses Hoch rausnehmen, tendiere ich eher so, dass wir erst ab 61.500 US-Dollar eine Short-Position aufmachen. Damit ist das Risk ein bisschen geringer. Beziehungsweise haben wir auch ein bisschen mehr Puffer, sogar in Richtung 63.000 US-Dollar. Also das sind die zwei Optionen, die ich jetzt erst einmal sehe. Sollten wir nach oben hin durchbrechen, dann wäre hier die Short-Position. Ansonsten sollten wir nach unten hin durchbrechen, wäre die Long-Option die erste Möglichkeit. Gehen wir rüber zu Ethereum. Was hat sich da getan? Gar nichts. Im Endeffekt, also wir sind hier eher weiterhin auf unserem Trip hier, wo ich gesagt habe, okay, runter in Richtung 2.100 US-Dollar. Das ist immer noch so ein bisschen mein Primärszenario. Einerseits natürlich, um Spot Ethereum zu kaufen, andererseits aber auch natürlich, um die Long-Positionen hier endlich zu triggern. Aber wir sehen, Altcoin-Markt oder generell alles abseits von Bitcoin ist momentan nicht wirklich volatil. Hier irgendwie in irgendwelche Positionen reinzugehen oder reinzujumpen, fällt mir extrem schwer. Auch wenn wir uns die Bitcoin-Dominance angucken, die jetzt mittlerweile bei 58% ist, also nichts mit Altcoin-Season oder sonstigen, da muss man schon noch ein bisschen aufpassen. Und so ist es eben auch momentan bei Ethereum. Wir haben keine Volatilität. Der Markt wirkt momentan ziemlich tot hier, muss man ehrlicherweise sagen. Und so lange werde ich ja auch hier nichts machen, solange hier keine Volatilität zurückkommt oder sich keine richtigen Einstiege ergeben. Man muss nicht auf Biegen und Brechen in irgendwelche Crypto-Trades reingehen oder irgendwas Spot kaufen. Man kann auch einfach mal Seitenlinie warten. Es gibt genug andere Märkte zu traden. So, dann gehen wir rüber zu Gold. Gold hat die Short-Order abgeholt. Abgeholt? Ja, ist richtig. Muss man aber auch dazu sagen, die momentan ein bisschen im Minus ist. Die Short-Order war hier oben bei 2568. Das war hier bei diesem Pivot R1. Ich hoffe, dass wir hier noch wenden. Stop-Loss ist weiterhin hier oben bei 2610. Eventuell werde ich diesen noch ein bisschen erhöhen. Wir haben immer noch unsere Long-Position offen. Die werde ich auch weiterhin, also der Plan ist, so wie ich ihn jetzt gerade weggemacht habe, immer noch trotzdem der gleiche. Ich möchte weiterhin hier eine kleine Korrektur sehen, zumindest mal bis 2530. Die Long-Position verdoppeln und dann können wir von mir aus auch in Richtung 2630 oder sonst 2630 oder noch höher gehen. Das ist mir dann Wurst, aber ich möchte gerne noch die Long-Position verdoppeln. Ansonsten Short-Position läuft jetzt erst einmal. Ich hoffe, dass wir hier nicht in den Stop-Loss geraten. Erst einmal, wenn nicht oder sollten wir da reingeraten, werde ich die Position wahrscheinlich noch mal ein bisschen eher verdoppeln. Müssen wir mal gucken. Aber das ist jetzt erstmal so der kleine Stand dazu. Also ich bin hier Short gegangen. Warten wir mal ab, was so der restliche Tag so bringt. Mehr gibt es hier momentan nicht zu sagen, weil hier wird sowieso gemacht, was man will. Dann gehen wir rüber noch zum DAX. DAX hat jetzt nächsten Take-Profit erreicht. Also wir haben jetzt hier alle drei Take-Profits mittlerweile erreicht. Die Ineffizienz ist auf manchen Börsen geschlossen, auf manchen nicht, also auf manchen Charts. Deswegen werden wir auch hier im Laufe des heutigen Tages sehr, sehr wahrscheinlich erstmal einen Short-Order reingeben. Beziehungsweise heute im Laufe des Tages dann, denke ich, wird es hier eine Hedge-Short-Position geben. Ich habe nämlich so ein bisschen so das Gefühl, dass der Fett-Zinsenschein nicht wirklich bullisch für uns werden könnte. Oder generell so ein bisschen für die Märkte, dass es wirklich so ein Selden-News-Event werden könnte. Alle sind hyped, endlich werden die Zinsen gesenkt und dabei geht es deutlich nach unten. Mal schauen, was sich jetzt heute so im Laufe des Tages tut. Aber ich würde gerne hier unsere Short-Position verdoppeln. Das heißt, die Long bleibt offen. Die Short-Position würde ich dann verdoppeln. Verschiebt sich natürlich dann auch unser Entry. Ich muss mal gucken, wo uns... Ich glaube, unser Entry war hier oben irgendwie bei 18.900 US-Dollar Punkten. Schauen wir mal, ob auf jeden Fall wird hier wahrscheinlich auch diese Woche, heute, spätestens morgen, dann die Hedge-Short-Position eröffnet. Ansonsten, was läuft noch? Also Gold haben wir zwei Trades offen, DAX haben wir zwei Trades offen. Ähm, genau, Euro gegenüber US-Dollar. Muss ich jetzt gerade mal gucken, wo der Chart ist, nachdem sich hier alles kommentiert bei mir verschoben hat. Das mag ich gar nicht. Ich glaube, ich schiebe das mal nach oben schon mal. Ähm, ja, Euro gegenüber US-Dollar. Hier wurde Take-Profit 1 erreicht. Von unserem Euro gegenüber US-Dollar Long. Das war hier unten die Position, wer sich daran erinnern kann, Freitag. Also Long läuft hier perfekt. Zweiter Take-Profit wird hier oben sein bei 1,11175. Also genau hier an dieser Supply-Sau. Und ich zeichne euch das mal an, beziehungsweise würde ich es minimal vorher einfach machen. Das ist so momentan mein Stand. Also da läuft Take-Profit 2 dann auch langsam in die Richtung. Und Take-Profit 3 würde ich dann hier oben bei 1,11175. 5,8 machen an diesem WIG. Und da möchte ich dann auch die Short-Position verdoppeln. Das heißt, wir haben hier auch mittlerweile zwei Trades offen. Der Short läuft noch. Die Long-Position läuft auch sehr, sehr gut. Also deswegen orientiere ich mich momentan ein bisschen mehr auf diese Forex-Charts. Muss ich ehrlicherweise sagen. Und die anderen Dinger. Weil sie einfach momentan akkurater laufen als Krypto. Ich fühle mich momentan wohler, als mit Krypto zu handeln. Vielleicht ändert sich das jetzt heute oder morgen wieder, wenn ein bisschen die Volatilität zurückkommt. Aber momentan ist es ein bisschen schwer. Und last but not least, GBP gegenüber US-Dollar. Auch hier läuft unsere Short-Position noch. Die haben wir hier oben, ich glaube hier oben haben wir die eröffnet. Die läuft auch noch, hat aber schon drei Take-Profits erreicht. Hier möchte ich eigentlich gerne noch eine Long-Position eröffnen. Als Hedge sollten wir hier nochmal runterkommen. Möchte ich dann so einen Pump nochmal nach oben hin sehen. Also wie gesagt, es laufen momentan schon fünf, sechs Positionen, sieben und möglicherweise acht, wenn wir Bitcoin das erreichen, was ich möchte, sind noch geplant. Und die musst du auch erstmal managen. Irgendwann drehst du durch und sowas. Also auf mehr werde ich mich jetzt nicht konzentrieren. Altcoins sowieso nicht. Die sind momentan für mich weiterhin tabu. Wir haben eine Bitcoin-Dominance von 58%. Ich weiß nicht, das ist momentan einfach nicht die Zeit, um Altcoins zu kaufen. Sporadisch, ja. Manche ergeben sich Chancen. Ansonsten lass die Finger einfach davon weg. Ja, gut. War relativ viel für den Montagmorgen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht überfordert. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe abchecken, Bingiks abchecken. Und wir hören uns auf jeden Fall dann morgen zu einem Video wieder. Und morgen bin ich auch wieder mal live, aber nicht auf meinem Kanal. Da werde ich später noch ein paar Infos dazu posten. Freue ich mich auch mal wieder. Wird, glaube ich mal, wieder Zeit. Wetter passt ja auch wieder dazu. So. Ansonsten schönen Start in die Woche. Lasst euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Cript.